Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir spielen immer noch die Extreme Survival Island Map und ich habe Mob Griefing ausgeschaltet. Jetzt ist mir eingefallen, was es war. Wir arbeiten uns hier langsam vor, hinunter zu den extrem interessanten Skeletons. Okay, bleib entspannt, meister, bleib entspannt. Die sind so aktiv, die ganzen Spawner hier, da kann man sich nur vorarbeiten. Gehen wir nicht hin. Äh, da gehen wir nicht hin. Nice. Gut. Ja, luck. Easy does it. Äh, eine Ruhe reicht. Okay. Ihr wollt es nicht anders. Ronald Owen Shantling. Und haufenweise Iron Ingets. Das gefällt mir. Damit können wir uns ein bisschen Arme bauen. Und noch ein bisschen Wetter. Hier. Sehr schön. Gut. Kommt ran hier, Jungs. Komm her. Komm her. Alle stecken. Uh. Okay. Komm her. Ja. Jawohl. Jawohl. Die Bissi. Die Bissi. Fertig. Uh. Knocked back and up. Noch mehr. 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 Komm her, ihr. Stirb doch einfach. Und her, Jungs. Wer hat noch mal, wer hat noch nicht. Komm her, Jungs. Komm her, du. Oh, meine Pickaxe ist weg. Jetzt hat es noch eine neue basteln. Komm schon, komm schon. Haben wir es. Nein, wir haben es noch nicht. Komm her. Komm her. Komm her. So, haben wir es. Herrlich. Watches. Viel. Gut. Wir brauchen. Ups. Den. Zack, zack. Ups. Nice. Bauen wir mal einen Helm. Was an der Füße. Denken die Botten auch nicht so kalt. So, haben wir das. Auch. Nice. Suit up. Subto. Alter. Geht's dir nicht gut, oder was? Okay. Gehen wir mal hier lang. Auah. Mh. Ja. Ist klar. Gut. Hier lang. So. Okay. Alter. Das ist ja wohl. Das ist ja wohl extrem. Was soll das denn? Ernsthaft? Let's go. Come on. Get up here. Oh Gott. Wahnsinn. Na, creepy. Was geht ab? Okay. Ähm. Hm. Geronimo. Run, 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 run. Run, 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 run. Gott. Ah. Okay. Ja, ja. Wir werden das alte Spiel weiter. Ne? Immer wenn ich sterbe. Ah. Immer was trinken. Ah. Wie soll man denn da hochkommen? Okay. 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 Ich hab's verstanden. Egal was ich mache. Spielt keine Rolle. Stopp. Nein. 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 Ah. 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 Okay. 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 So. Wir brauchen Red Sandstone. Oh. Mann, Mann, Mann. Run. Run, Charlie Brown. Run. Holy cow. So. Okay. Äh. Brauchen. Spawn point. Boop. Alter Schwede. Ernsthaft? Okay. Gut. Gut, 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 gut. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Wie ist da daneben? Hier ist da daneben. Hier ist da. Hier ist da. Irgendwas stimmt hier nicht. Mob briefing is not off. Was ist das hier für ein Käse? Game rule, mob, briefing, false. Oh, no. No, 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 no. Falsch. Also. Game rule, mob, briefing, false. Jetzt haben wir es. Also ein bisschen zusammenrücken hier. Okay. Das sieht aus bei mir im Inventar. Das ist der Wahnsinn. Weg. Okay. Standstone. Gobblestone. Verhalten wir lieber hier. Weg damit. mit hier lang auf das ding ok funktioniert das tat weh aber egal ich habe was ich wollte tnt bestimmt eine schlechte idee mir das zu geben brot endlich mal was zu beißen hier immer zeit schön 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 wir sehen hier nichts gehen wir hier lang wir haben 14 14 ist ein fast weg zwischen zwei punkten ist eine gerade die entgegengesetzte richtung er hat gegen dich geschossen nicht oh mann oh mann nein nein es ok noch mehr futter mir dasselbe hier oh mann oh mann oh mann kurzen blick hier rein ok ah ich sehe eine pyramide ja geronimo äh falsch oh yeah ok äh genau von da bin ich gekommen hier gehen wir durch das ist der einzig wahre weg ouch oh god so viele leute so viele leute so viele leute bumm schakalaka äh 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 ich könnte mir gar nichts oh Gott oh mann servus meister äh huuuu na was geht ich hab ein paar freunde mitgebracht so sooo jetzt haben wir den guckt futter die können wir immer gebrauchen den Rest kannst du behalten uh äh ja machen wir uns mal ein paar paar hosen äh mein chestplate ist gebrochen reicht nicht egal 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 hab ich noch hab ich noch hab noch drei das ist doch ideal rein damit sehr schön die hier benutzen das passt jetzt perfekt was bist du für eine ach unser Set perfekt so ihr pfeifenköppel das war's denn jetzt mal ihr seid erledigt heiß bossy polished waffelst du so blubst weg halt ich lieber weiss ja nie ok der ist ganz wichtig bei uns in der tasche wisch 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 ist rumgewuschelt ab äh gut Kuchen ist weg Wie kommt man denn da rüber? Ich habe ihn gefunden. Diggi Diggi Diggi. Kannst du ihn sehen? Up and out. Wo ist er? Leder. Dinge, die die Welt nicht braucht. Okay. Die sind Hardcore. Irgendwo da ist ein Spawner. Der muss weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Locked back much. Hau ab hier. Geh. Geh. Oh Gott. Geh. Geh. Oh Gott. Geh. Geh. Oh Gott. Geh. Okay. 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 Ready. Go. Okay. Wie wäre es, wenn wir uns mal wieder, wie sonst auch, in die Wand einschleusen und das Ganze von Wannes klären. Geh. 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 Wow Spawn noch mehr, da muss noch ein Spawner irgendwo sein Wo ist er? Da drüben Der anderen Seite, ne? Kann schon Stirb! Was ist denn dieser... Aha So, dann haben wir den Teil auch Jetzt noch die restlichen Skeletons hier niedermetzeln Und dann sollten wir das auch haben Wow Gut Das sieht versprechend aus Perfekt Das auch Oh Gott Das ist der lecker Okay Okay Wir müssen... Wow Hohohohoho Okay Also es gibt einen Weg darüber Oh 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 Hey, der kann ja nicht hier oben nichts von uns sein. Wo ist der denn runtergekommen? Okay, gut. Haben wir den Teil da auch. Rennen wir jetzt mal wieder zurück. Hopp, hopp, hopp. So, dann werden wir mal unseren Spawn-Point direkt gleich hier vorne setzen. Servus. Ähm, ich muss weiter. Man sieht sich. Oh Gott, deswegen. Wie war das denn? Hä? Wie hat er das denn gekriegt? What? 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 Oh Gott. Alter Schwede. Fertig. Oh Gott. 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 Oh mein ganze Arme ist hinüber. Komm her. Wann ist ein Spawner. Nein ich muss hier rauf was mit ihm weg ist. Raus im Spawner. Oh Gott. Get up! Get up! Mann! Me! Oh Mann. Nein, 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 nein. Jesus Christ, okay. Der endlose Kampf geht weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Like-Button drücken, Abonnier, Kommentar hinterlassen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.